Dazu rufe ich den Kämpfer aus der Roten Ecke. Er ist wieder bei uns. Ich freue mich, ihn herzlich begrüßen zu dürfen. Macht mal Lärm für Fame! Salon! Das ist wieder bei uns. Das ist wieder bei uns. Ich rufe seinen Gegner in die blaue Ecke. Mach mal Lärm für Ella Juden Nazari! Das ist wieder bei uns. Wir begrüßen ganz herzlich den Kämpfer aus der Roten Ecke. Er ist 23 Jahre jung, 1,75 Meter groß. Seine Bilanz bei No Mercy Fights 1 zu 1. Er hat sich heute auf 73 Kilo eingewogen. Hier ist er. Mach mal Lärm für Fame! Salon! Sein Gegenüber ein altbekanntes Gesicht aus der blauen Ecke. Wie immer ist er wieder dabei. Er ist 21 Jahre jung, 1,76 Meter groß und er steht auch ebenfalls bei No Mercy Fights 1 zu 1. Und auch er wiegt ebenfalls 73 Kilo. Herzlich willkommen! Wir begrüßen Ella Juden Nazari! Er ist 21 Jahre jung, 1,76 Meter groß und er steht auch bei No Mercy Fights 1. Er ist 21 Jahre jung, 1,76 Meter groß und er steht auch bei No Mercy Fights 1. Er ist 21 Jahre jung, 1,76 Meter groß und er steht auch bei No Mercy. Das war's. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ende des Kampfes! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bitte alle aus dem Käfig bleiben, alle raus! Bitte alle aus dem Käfig raus! Applaus für den Kämpfer. Kämpfer zur Mitte, bitte. Bitte einmal beide Kämpfer zur Mitte. Erstmal riesen Applaus für beide. Und wir haben einen Sieger und der kommt aus der blauen Ecke, Herr Adjuden-Nazari. Untertitelung des ZDF, 2020